und herzlich willkommen hier in thüringen ja die entwicklung ja geht weiter schnee tiefste winter und besser und nicht in sicht ja das ist eher ein problem fürs fahren daher das getreide ich habe eine folgende änderung vorgenommen zwar mit dem globalen markt der globale markt ist jetzt habe ist jetzt umblick binde zu all der 17 mein markt jetzt sein also intern so heißt intern was ich jetzt im prinzip habe also grunde habe ich ja grunde ja nichts außer bei silos objektlage sagt paletten zwölf stück das ist richtig gut habe ich noch drinnen zeige alles verfügbar gülle normalerweise müsste ich jetzt noch nichts am hafer silo aber hier 502 lager soja bohnen wahrscheinlich habe ich mal mission dazu bekommen sagt gut gras silage stroh was ich halt zum einen gekauft habe und hier im globalen markt gibt es nichts außer gülle warum man es jetzt auch nicht so ein lager verkaufen ja und die treibhäuser laufen jetzt nur voller kanne tier auch das ist tiefster winter ist dunkel es war 8 uhr aber ich kann noch mal die zeit bis in höher stellen die geschwindigkeit ja ich habe festgestellt futtermisch hat zion ist beim händler deutlich belegger als ein bisschen weiter gemacht als jetzt hier wieder im wege grunde ist nicht tragisch fd ich habe festgestellt dass praktisch so viel erdbeeren produziert werden dass sie da nicht hinterher kommen mit rausfahren ich habe auch mal geguckt hier ich habe ein auto zugelegt klein anhänger da bitte ansprechend herausfahren können jeder substrat hat klappt beim düngermissionen ist er so flüssig du kriegst nicht rein sind die angenommen wahrscheinlich ist da noch ein kleiner fehler wahrscheinlich weiß nicht genau und die innen drinne ist mittlerweile so dass erdbeeren voll sind ich werde es auch verteilen einstellen auf zeit auf lage geht also das ist mal hier die schnee ganz fahren also auch verteilen einstellen das praktisch verteilt wird also ich muss müsste eigentlich mehr ein lager bauen große klage um dann weiß ich eine global markt zu verkaufen was ich später auch der marsch auch dann benutzen werde und zwar erdbeeren dort wieder einkaufen also praktisch einen internen handel treiben auf der anderen seite kann ich da ja dünger verkaufen und hier könnte ein lager hin passen theoretisch da hatte ich mal eher den standard lager gedacht wenn man die zeit voranspuren ist ja auch nichts wir müssen platz schaffen für gebäude die los multi frucht weil wir brauchen ein lager damit das überhaupt ja wohin container damit es überhaupt irgendwo gelagert werden kann lässt man verteilt muss jetzt sagen ich bin jetzt ein bisschen ich weiß noch nicht genau ob das funktioniert weiß nur dass es ideal fall wäre so hallen da war gucken recht hier gelagert sein also es könnte auch das anlager sein von kaster die daumen das ballen lager gute frage wo das überhaupt schwierig was die los vielleicht wo eigentlich nicht logisch wäre wo doch könnte sein da ja es muss so sein dass sie praktisch vorbeifahren können und drehen darum bist du gerade gerade ungünstig vorbeifahren können und später auch bei bedarf verkaufen zu können ich würde mal so setzen das wäre vielleicht gucken so und dann würde ich mal reingehen im menü und auf verteilen einstellen ich weiß nicht ob das dann klappt ich habe es mal probiert mit klein oder rauszufahren auf dem großen rauf zu bringen da fährst du jeden halben tag also von der menge her und das ganz ehrlich da war zu viel direkt verkaufen wäre auch eine option und ich weiß nicht ob das klappt also ob das jetzt so funktioniert wie ich das vorstelle das ist in der halle jetzt rein gehen allein geht kann es auch weiter verkaufen und geld verdienen praktisch ein globalen markt und ich kann dann theoretisch in der mahlstelle her das näher marmelade verarbeiten zum beispiel so die sache ein bisschen für erdbeeren für salat und verkaufen da haben wir andere möglichkeiten wenn man so ne aber da könnte man auch was mit erdbeeren anfangen also mit der tomaten mit der ketchup oder sowas oder auch für brossingen ist auch eine option wenn das nicht ganz gut ich weiß aber nicht ob das jetzt funktioniert aber zu sagen das ist denn hier schon verkaufen gestellt weil schlecht weg ist einfach nicht ich habe nicht machbar mal gucken ob das reicht läuft ansonsten müssen dass jeder reinfahren und dann entsprechend manuell machen ja dann müsste das hier normalerweise noch ein bisschen die fläche die der schnee ich muss die polarene kurz weg tragen das nehme ich Ah, die Höhe passt. Ja, F-12, da muss ich mal umschauen, wenn ich eine Tasse nehme. Boah, jetzt war ja nur als Markierung gedacht, ne? Als Hilfe. So. Ich weiß nicht, ob wir verteilen, dass es gehen würde. Ich weiß nicht. Normalerweise brauchst du auch wieder Produktion dafür, ne? Dann wird es gehen. Ansonsten lösen wir das jetzt nachher. So. Halt. Was probieren, ne? So, mal gucken, ein bisschen größer machen. Geht's auch nicht. Da stehe ich hier weg, ne? Da müsste was gegangen sein, ne? Kostet sich auch ein bisschen Geld, ne? Ups, ups. Ja, das ist der Wind. Im Winter ist es also sieht man aus richtig extrem, ne? Wenn wir ausfangen können, ne? Da. Anscheinend geht's nicht rein in die Halle. Ja, dann müsste ich, wenn das nicht klappt, die eine umbauen. Und da das hier jetzt ein bisschen ungünstig da ist, alles auf rechts, nur links vorne ist auf rechts. Zum Durchfahren ist das schlecht. Und auf der anderen Seite ist es ja ganz schön kannte ich doch mal hier. Sag mal so. Na gut, dann mal. Oh, das ist ein Video mal. Hier ist das perfekt, ne? Die kann man durchfahren, aufladen und rausfahren, ne? Müssen wir gucken, abwarten eine Stunde, was da passiert, ne? Ich glaube, das ist ja jetzt abzuwarten, ne? Vielleicht ist es ein bisschen ungünstig hingestellt. Das kann sein. Aber wenn es nicht geht, ist es eh ungünstig. Da muss man eh was einverlassen. Ansonsten erstmal die, die was draußen steht, ne? Schnee ist ein bisschen ja, kontraproduktiv, ne? Aber jetzt räumen will ich auch nicht. Kriegt diese Stelle nicht weg, das ist schlecht. Nehmen wir erstmal vorne, ne? So können wir da besser fahren können. Oh Mann, das ist eigentlich Winter normalerweise ungünstig, normalerweise, ne? Wenn man da jetzt noch bald mal aufmacht und das Durchzug ist ein großes Tor ungünstig, ne? Aber ich muss da jetzt echt abwarten, bis das von alleine nur voll geht. Wenn wir jetzt quatschen, wenn wir da jetzt unnötig, rechts müssen wir nehmen, ne? Ja, das ist schlecht. Ja, da hauen wir uns im Lager rein, was soll's. Da komm ich auch schlecht rum, ne? Das ist, äh, die Fläche ist einfach zu klein, ne? Ja, da hat wieder Schnee gefallen. Ah, wieder alles weiß. Erstmal aufnehmen. Ich komm ja nie raus. So im Prinzip ist es, äh, ganz gut. Da kann man auch Wasser reinfahren, ne? Und die Substrate hier. Das geht alles. Guck mal. Irgendwie backe ich. So. Ja, ich wollte mein Saatgut verwenden, aber das hat nicht geklappt. Nicht dafür vorgesehen, ne? So eigentlich. Nachhinein ist das logisch. Neuenswäner müsste eigentlich jetzt passiert sein, ne? In einem Lager, wenn's da nicht reingeht, passiert es stark, 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 stark. Vermute. Befürchte. Alles voll. Schlecht. Wir sind Geld, hätten wir, ja? Gucken mal. Ah, da geht nichts rein. Ist noch nicht vorgesehen. Da geht höchstens Produktion. Das ist dann, ja, logisch. Ja, da müssen wir mal hier gucken. Die Halle alles auslagern. Am Tor ist mal ein bisschen ungünstig, ne? Mit dem Trigger. Da geht man das richtige Lager, ne? Weil, wenn das Tor angezeigt wird. Erdbeeren. Da müssen wir gleich mal reinfahren, ne? Ah, jetzt ist es hell. Jetzt guck mal, bin's red. Normal reduzieren. Ja, guck mal hier. Haben wir jetzt Erdbeeren drinne. Ne, also, hier drinne. Erdbeeren. Das war gut. Das kommt mir jetzt theoretisch. Über globalen Markt. Ah, so. Globaler Markt. Wer bis dahin gefahren hat, abgeladen. Und dann war das erledigt, ne? Heute ist das immer das Menü. Was im Grunde ja auch nicht schlecht ist. Asilo ist klar. Objektlage. Erdbeeren. So, da sind 19. 19 eingeben. Enter. Und verkaufen. Preis 4,940 pro Palette. Und eine kleine Gebühr. Der Preis wird dann irgendwann sinken, ne? Weil, dann hast du hier irgendwann Erdbeeren da. Irgendwo. Silo. Paletten. Erdbeeren. So. Plus ist ja Platz. Ja, dann bauen wir uns eine Silo um. Drehen. Muss ich auch erst mal diese ganzen Waren rausnehmen, ne? Jetzt gefällt mir gar nicht, dass hier vorne noch so eine Kante ist. Aber wo wir irgendwie hinkriegen, ne? Und lass mich ungünstig zum Rausen reinfahren, ne? Allgemein, auch wenn du beliefern willst, ne? Besser, du machst das anders, ne? So. 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 Ich glaube, die richtige kriegen, ne? Das ist ja dann fein gefunden. Kommt ja mit dem großen nicht rein, das ist das ganze Problem, ne? Mit dem großen Anhänger. Und hier müssen wir noch ein bisschen was bauen, dass wir besser fahren können. Also. Planieren, ne? Der ganz andere Lager wieder weg. Hat der so die Funktion nicht erfüllt, ne? Was ich gehofft habe. Ja, ich hoffe, dass Januar ein paar Meter kommt, ne? Das kann ja auch passieren, ne? Muss ja nicht im Winter bleiben, ne? Ich spüre mich doch irgendwie gleich an oder aus. Vielleicht sind wir das eine leer machen. Das hier alles einzeln zu verkaufen, das ist natürlich ein bisschen mühsam, ne? Aber was machen, ne? Lumpf. 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 Wieder voll, ne? das wäre ja zu mühsam also das will man sich nie antun ich habe ja nur vier module gebaut das ist was für anderes wäre das schlecht ein kürzene ist ja mal wenn jetzt gefrosstete erdbeeren wir würden sofort klicken wo die wir noch nicht betragen also man verkauft würde auch gehen wenn man für salat macht theoretisch verbrauchen will eigentlich nicht da nur zu zeigen was auf dem aufwand ist so ist ja grunde wäre das ja so ideal wenn zum beispiel das so wäre dass sie auch im anderen lager verteilen würde gut lager füllt sich auch passt so was natürlich jetzt blöd ist blöd soll nicht aber es hat folgen aber das ist jetzt mal gucken also hier wollte ich im prinzip immer angleichen das ist hier von da da dazu da besser fläche haben so v machen wir um quadratisch m hat er hochgehoben ok gleich mal malen hat das jetzt ausfalt asfalt beton das soll ja ungefähr gleich sein ungefähr dass man weiß hier ist ja der bereich wo man da jetzt praktisch fährt ne gab es größer sein also ich könnte mir auch wahrscheinlich später dass man da es so gestaltet da geht nichts da jetzt maskiert purs kn megap die musik größer werden die bäume könnten stören das ist wahrscheinlich ob ich objekt hilde das habe ich normalerweise zum entfernen von objekten das werden dem volle ja sinnvoll ja einfach schön wochen starten ist ja soweit auch wenn es spät ist so auf jeden fall momentan geht so nicht gut ich mal probieren weil das geht mit mit daher angreifen dass man da fahren könne das geht doch einigermaßen muss noch erzählen später die bäume müssen weg da nichts da straße muss ich aufpassen da stehe ich am wege so geht doch weg noch nicht ganz so wie soll vielleicht kann ich auch hier das ein bisschen löschen sogar das wird schon fast also im grunde schon probieren das wird schon gehen die feinarbeiten kann man hinterher immer noch mal mit grünen zeug also die halle da jetzt ist ungünstig so und jetzt die halle das muss nämlich so eine alle sein wo das der trigger jetzt auf der seite ist da kann ich ja kann geld wieder und das ist jetzt und hat gewächshäuser jetzt muss ich gucken wo das funktioniert oder das schon mal verkehrt das könnte passen das passt also das ist genau optisch passt auch wir müssen nur auf v drücken da kann man zumindest geradeaus fahren warum nicht mehr um die kurve fahren also wenn es im weg stehen genau das wäre jetzt ja genau klingt banane aber ist also ne also muss man mit dir eingehen und alles verteilen dann geht das näher und dann geht das näher und das sollte schon für heute gewesen sein ja grunde und dann stellen wir gleich nächste folge ein und dann schauen wir dass wir da die bga versorgt bekommen und dann ganz schlimm kommt die straßen folgen also zumal das ist ein teil vom hof ja ist aber für tschau und wie gesagt globaler markt eigener markt aber von stadt globalen markt banken markt wählen man gibt einen eigenen namen mit fünf zeichen was genau muss jeder für sich entscheiden ich habe zahlen genommen recht einfach aber also da wäre jetzt noch drin eine erdbeere also wer jetzt kaufen will Anführungszeichen der kauft dann teuer ein verkaufen wäre unfair weil ich möchte ja in naja wohl ja bis zum nächsten mal tschüss ja 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 ja